Das Obst Der Apfel, die Äpfel Ich esse einen halben Apfel. Die Banane, die Bananen Mir schmecken Bananen. Die Erdbeere, die Erdbeeren Das Kind isst eine Erdbeere. Die Orange, die Orangen Aus Orangen macht man Orangensaft. Die Kirsche, die Kirsche Vor dem Essen müssen wir die Kirschkerne entfernen. Die Pflaume, die Pflaumen Zum Frühstück gibt es Pflaumenmarmelade. Welches Obst gibt es in deinem Land?